Orchidee Die Orchideen am Fenster sind wieder erwacht. Welch himmlische zarte Blütenpracht! Neue Blüten hervorzubringen, konnte nur mit dem Loslassen der Alten gelingen. Sie wächst und gedeiht im Moment. Ein Gestern und Morgen die Orchidee nicht kennt. Eine Botschaft hält sie für dich bereit. Verschwende nicht deine kostbare Lebenszeit. Nur wer Vergangenes und Zukünftiges loslassen kann, fängt im Augenblick wahrhaft zu leben an. Der Moment kennt keine Mühe. Lebe im Hier und Jetzt und erblühe.